Ich bin Jürgen Wenninghofen, statisch geprüfter Landwirt. Seit 2005 Inhaber des Betriebes Bauerngarten im Schwarzwachtal. Meine Aufgabe ist es, die besten Lebensmittel zu produzieren. Wir wollen in unserem Betrieb versuchen, so viele Produkte wie möglich selber zu produzieren, weil das ist Regionalität. Und das, was ich selber produzieren kann, kann ich auch mit einem rein sauberen Gewissen verkaufen. Also unser Betrieb zeichnet sich dadurch aus, dass wir Lebensmittel produzieren, hauptsächlich Spargel, Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren, Brombeeren, sämtliche Arten an Kürbisse, sämtliche Schnittblumen von der Asta bis zur Rose. Und im Herbst kommen dann auch noch die Obstbau mit dabei, Kirchen, Pflaumen, Birnen, Äpfel und im Winter noch Weihnachtsbäume. Und im Herbst des Betriebes Bauer. In unserer eigenen Bäckerei und Konditorei werden unsere eigenen Produkte weiter veredelt zu Kuchen, Marmeladen und vielen anderen Produkten. Untertitelung des ZDF, 2020 Unser Motto ist Blumenobstgemüse täglich frisch aus unserem Garten für ihren Tisch.